hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen ich freue mich natürlich sehr dass ihr am start seid und zwar heute zu teamfight tactics und zwar in der galaxy version wir gucken direkt mal womit wir anfangen ganz schön harsch ganz schön harsch ganz schön harsch wir nehmen mal den driver hier ja es gibt neues teamfight tactics auf dem pb und da habe ich mir natürlich gedacht das lasse ich mir nicht nehmen ich kann euch direkt mal sagen es ist giga verwirrend es aber im prinzip ist neues ok also das wird wohl ein bug sein gehe ich von auswart dass jeder jeder hat das ok ich glaube das ist ein bug kann ich das jetzt schon okay also ich glaube das ist auf jeden fall bug okay das neue teamfight tactics geht wie schon erwähnt so um galaxy es ist kommt es gibt jetzt auch natürlich andere mob gegner da waren sogar einige dabei wo ich mir dachte okay die sind echt schwer und es gibt natürlich super viele neue sachen das heißt es gibt zum beispiel chrono chrono ist es gibt der text für alle das ist ziemlich cool das heißt wenn ich die beiden jetzt drauf mache dann kriegen alle verbündeten ja diesen chrono effekt dann gibt es rebell rebell ist die buffen sich gegenseitig bomben demolition ist dass sie beim zauber den gegner stannen star guardian boah ich muss auch überlegen sorcerer ist dass die zauberkraft von allen erhöht wird das ist ziemlich cool also die ap quasi vanguard ist mehr rüstung star guardian war ich weiß nicht mehr ich würde gerne auf darkstar gehen darkstar ist also erstmal machen wir protektor wenn die zaubern kriegen die ein schild darkstar ist wenn ein verbündet ist im prinzip wie light nur dass es immer nur auf einen geht das heißt wenn ein verbündet wenn ein darkstar champion stirbt wird der verbündete darkstar champion gewafft und zwar 30 prozent der menschen der kann diese stacks übertragen das klingt super cool muss ich erstmal sagen chrono und shen chrono ja cool dann haben wir jetzt drei chronos vielleicht ist das ja auch ein deal hier ein guter deal ne wir packen mal die hier cybernetics sind ähm oh wir haben ja auch zwei cybernetics die werden gebufft wenn man ihnen ein item gibt tatsächlich also es gibt viele viele neue dinge celestial ich meine es ist schon wichtig dass ich die vorlese oder weil celestial ist dass sie das ist wie lifesteal für alle und guck mal hier gibt es so ein kane also der ist gar nicht so schwach tatsächlich also es gibt den einen oder anderen mob der gar nicht der die schon so ein bisschen auf die fresse haut tatsächlich so cybernetics hier man bekommt 300 hp und 30 attack damage oder 750 und 75 wenn man diesen units ein item gegeben hat ich würde gerne auf darkstar gehen und auf mech pilot das würde ich zumindest ausprobieren darkstar klingt für mich auf jeden fall cool hier star guardian ach so genau wenn die zaubern kriegen alle anderen mana sowas war das will ich nicht kein bock drauf das haben wir chrono wir haben einen tf hier er ist darkstar cybernetics machen wir erstmal tank drauf der kommt weg cybernetics celestial klingt auch nicht so schwach was war shen shen war krone und blade master ok also wir müssen mal gucken bei mech pilot ist es so das klingt am interessantesten tatsächlich von allen dass wenn ihr drei mech pilots habt dann verbündeten verbinden die sich zu einem und die kriegen alle bonis von den anderen das heißt die kriegen alle trades wenn die irgendwie keinen sniper protector sniper ist je weiter der gegner weg ist mehr damage machen das wird alles kombiniert in diesen einen mech pilot klingt cool habe ich bock drauf jetzt haben wir vier kronos tatsächlich das ging schnell vier kronos das heißt alle kriegen alle alle vier sekunden kriegt man 35 text im prinzip wie luna so ein bisschen rebel klingt tatsächlich auch interessant weil rebel ist wir können ja mal ein paar rebels mitnehmen rebel ist erst mal fitment tank rebel ist für jeden anderen rebel kriegt man 125 schild und zehn prozent der match und es gibt so ein starship das ist ganz lustig es gibt einfach aurelion der wie so ein flugzeug übers feld so ähnlich wie sind fliegt und die verbündeten warft und das ist so ein rebellionen schiff finde ich die idee richtig lustig so ein bisschen star wars like oder so wir brauchen items das können wir machen display ist jetzt auch nicht so schlecht was machten es will eigentlich emp das seine wehne schön 666 der mensch dass nikos help warte ich denke ich dass wir können ja mal gucken was wir gehen es gibt auch space piraten ist ganz cool space piraten wenn die jemanden töten gibt es 50 prozent chance dass gold gedroppt wird und bei 4 space piraten gibt sogar eine chance dass ein item gedroppt wird hier mac pilot am anfang des geld des kampfes werden drei die werden die mac pilots drei random mac pilots kombiniert die kombinieren hp attack damage und trades und drei random items wenn die wenn das super mac kaputt geht dann kommt dann kommen die wieder zurück und haben 25 mana und feiten weiter klingt cool hätte ich also ich weiß nicht ob es broken ist aber es klingt cool auf jeden fall da hätte ich bock hier haben wir noch mal ein rebell wir können ja mal rebellen mitnehmen ich glaube rebell ist so so ein bisschen wie licht man braucht als sehr viel also grob vergleichbar braucht sehr viele davon man braucht sechs stück circa ja kann so was ist hier das ist darius der rastet aus das sehe ich schon es gibt auch übrigens merchandise oder so märchen märchen oder oder märchen oder sowas da kann man items oder upgrades für diese alte für diese einheiten kann man im shop kaufen das sind zählen soll ich würde gerne ein api stab oder text biet haben nehmen wir mal also du kannst einfach ne ich konnte da konnte man irgendein upgrade für eine kanone für acht gold kaufen allerdings acht gold leute aber klingt krass so wir haben aktuell nichts was ich so ein bisschen schwierig finde ist okay das glaubt man mir jetzt nicht aber wenn ich mein deck zeige ich hatte letztes game das gefühl es gibt keine tanks in dem spiel aber ich habe jetzt hier alistar ich glaube erst tanki chen ist tanki er ist tanki und sie ist tanki aber ja ich hatte keine tanks sagen wir es mal so so hier haben wir noch mal dark star und rebell ich weiß ich muss mich halt ein bisschen auf irgendwas fokussieren leider was können wir machen blaster blaster ist so ähnlich wie gunslinger bei jedem vierten attacke schießt man auf dem random und macht bis zu fünf edition attack so wir müssen jetzt erstmal kurz gucken was machen wir drauf sorcerer blaster oder sniper sorcerer blaster oder sniper machen wir den einfach mal drauf hier an der sie habe ich schon dark star vanguard also hier ist wirklich wirklich viel krimp ist ja auch dark star ist auch dax er sieht sehr nach dark star aus ja also wir packen hier mal ein paar rebellen hin ich meine wir könnten auch für chrono gehen celestial klingt halt auch nett dass sie sich dass sie ein schild bekommen wenn sie zaubern zehn prozent aber ja wir spielen erst mal mit chrono ein bisschen wie ein rageblade welt insane glaube ich ist es real drei gold oder zwei ja drei dann geben wir erst mal as real attack speed wir könnten ihm auch das death blade geben weiß ich aber nicht so dark star wir sammeln die oash sniper auch und zu lässt hier also hier gibt es viele coole dinge hier gibt es auch den void void machen true damage aber velcos ist kacke der dreht sich nämlich die ganze zeit mit dem laser der hält nicht auf die gleichen sondern dreht sich das nervt irgendwie brawler wie viele brawler braucht man zwei klingt auch nicht so schlecht oh shit wenn er mich der verkauft na gut da waren oder kacke da sie kommt erst mal weg müssen jetzt auch mal geld sparen irgendwie schaden bekommt ein bisschen rüstung sehr tanki weiß ich nicht mac pilot das problem ist ich glaube die anderen piloten kosten dessen dass da ist das tristana sie müssen nach tristan aus und fest kostet vier gold epic da wäre natürlich die frage welche items man denen gibt also am besten insgesamt nur drei weil die bekommen ja random items und so könnte man das machen okay hey das gute ist natürlich dass niemand ahnung von dem ganzen jahrt ja keiner hat einen plan was der sache ist dass er der einzige vorteil so ich will jetzt immer mal für vier gold gehen für zehn egal so was haben wir hier gut hier haben wir einen rebellen abgegradeten hier gibt es so schildkröten monster ist auch cool dass es so monster sind die man gar nicht kennt die anderen aus den anderen kannte man immer oder so ich cybernetic klingt auch echt nicht so schlecht cybernetic gibt 300 hp und 30 attack damage aber nur wenn sie ein item haben das heißt sex cybernetics ist eigentlich quatsch oder naja nicht ganz man kann auch ein item immer verteilen aber will man das zulässer wie gesagt alle heilen sich um zehn prozent 40 20 prozent 45 prozent alle verbündeten ist auch krass zulässer wenn man so ein protector noch mit hat zulässer protector könnte gehen könnte ich mal irgendwie ein rageblade oder so haben bitte da hätte ich bock drauf leute was ist das hier nochmal giant slayer mein handy nervt kannst du bitte kannst du bitte dein maul halten dankeschön so ich habe auch noch zweimal nikos hilfe das heißt wenn wir in den legendary bekommen oder ein epischen dann können wir den einfach ins ist also das ist locker nicht gewollt aber mist ok hier haben wir jetzt müssen gucken ich glaube wir probieren das schon aus mit dark star so sie kann weg ja vierer kone ist jetzt nicht so bad aber was ist mit ihr noch brawler ja kommen so wir haben jetzt ne wir müssen weiter gucken oh jetzt noch ein chronobrawler wir könnten sie runternehmen dann hätten wir chronosniper ich glaube das machen wir vor allem haben wir dann noch einen platz mehr chronobrawler blitzcrank rap ähm so also wir haben schon 1 2 3 4 star star dark stars man braucht 6 man könnte es mit dreien ausprobieren ich würde gerne ein paar upgrades wenigstens haben bevor ich hier was probiere ähm die meisten von euch verstehen wahrscheinlich genauso wenig wie ich ja das heißt wenn ihr denkt so was passiert da ich habe auch keine ahnung der male fight sieht aber sehr tanky aus weil der skin halt richtig kacke ist kopfschott nice naja also ich habe auch keine ahnung ich weiß auch nicht warum da unten so kugeln liegen ach das war glaube ich von der syndra so hier haben wir den und das oh noch ein magpilot so er ist dark star und protector kriege ich den drauf gerade ja wenn ich den runter nehme hat er mir irgendwas gebracht rebell und demolition ähm ich gehe mal für die winning streak zack so ähm gut wir bräuchten halt wie gesagt ein paar oh jetzt haben wir auch noch ne das ist star garden die sehen aber gleich aus wie dark star so ein bisschen so hier ist noch ein magpilot rebell ist hier noch einer ich will ja nicht ich will nicht zu viele ich meine ich kann ich kann ja nicht dark star und rebell spielen aber ich nehme halt das was ich gerade kriege so so ein bisschen so wen machen wir tanky ja ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht kommt schafft ihr das wer ist denn das hier der rast ja komplett wer ist das irelia 6 gold ok das ist epic mal 3 ok ich dachte schon was für eine 6 gold einheit haben wir aber gewonnen aber irelia sah was waren irelia dann weiß ich nicht bestimmt 2 ohohohoh ok hier haben wir unseren magpilot und ein dark star sniper jetzt man langsam aber aussortieren breche ich mein chrono auf oder nicht Was war mit ihm? Rebell Ja, scheiß auf Rebell, sag ich dann Scheiß auf Rebell, Leute Rebell muss, es klingt lustig, aber Machen wir Darkstar Am besten Darkstar Jyn Carry So, Jyn konvertiert 1% von Attack Speed Into AD Und jeder vierte Schuss Macht Jyn 42 Das ist doch richtig gut mit Kono zusammen, oder nicht, Jyn? Er kriegt die ganze Attack Speed Das heißt, er rast übel aus, müssen wir gleich mal drauf bringen Aber eigentlich wollte ich ja Mecs spielen, aber ich habe ja noch keine Mecs Also, so eine Runde Ich werde übel früh rausfliegen, kann ich euch sagen, weil Ich spiele gerade alles so ein bisschen Hier Das sollte man eigentlich nicht machen Weil mir die ganze Zeit Geld flöten geht, weil ich hier viel zu viele Dinge sammle Aber jetzt zum Zeigen Finde ich das ganz cool, zum Ausprobieren, zum Zeigen Kann man das machen Das heißt, wir nehmen mal den Oh, jetzt brauchen wir einen AP-Stab Brauchen wir einen Rageblade auf Jyn Oh, Jyn mit diesem Attack Damage Item Wäre Pogomena, glaube ich AP-Stab ist Doch, da ist ein AP-Stab Gib ihn mir Gib ihn mir Gib ihn mir Oh, das ist aber auch ein Fitz Ein Fitz wäre auch Eigentlich will ich ja Okay, dann nehme ich Fitz Fitz würde ich auch nehmen Was hat der für eine Fähigkeit eigentlich Gib mir Fitz Gib mir Fitz Gib Fitz Ah Oh Das ist ja voll komisch, weil mein Vogel so geflogen ist Chemtech-Vogel ist das Ähm Uh Okay, jetzt haben wir drei Fitz, ne? Oder zwei Zwei erst Okay Was kann Fitz? Seine Ult? Oh ja, seine Ult Oh, jetzt haben wir drei Oh, jetzt ist noch ein Chrono Vanguard Oh, den müssen wir auch Wen tun wir runter? Chrono Chrono Blaster So Ähm Fitz kommt drauf Mana Reaver gibt es auch noch Die machen, dass die Mana Kosten höher werden Um 40% Chrono Blade Master Djinn wollte ich noch drauf bringen Ähm Was war er? Chrono Vanguard Da machen wir mal eben zum Testen So So Jetzt können wir mal Djinn Klar ist es nur ein 1er Djinn Aber Testen wäre es nicht Mir fehlt immer noch Tristana oder was das ist Ihnen geben wir mal das da Alter, es ist so verwirrend einfach Was machen wir mit Fitz? Rapid Fire? So Blitzcrank So was ist mit Djinn? Er stirbt einfach Das ist natürlich unglücklich Es gibt immer noch Assassins Hier haben wir direkt einen Assassins sind aber ein bisschen anders Und zwar werden die nur am Anfang gebufft Die springen hin und sind dann stark Für 8 Sekunden Oh Wukong ist very strong Kann ich schon mal sagen Oh das ist meine Annie Annie ist das nicht Tristana Annie brauche ich Nice Oh lol Das ist die Fisswold Wow Die ist riesig Die ist Saramalotti riesig Valkyrie Kritten immer unter 50% Kadex sieht hier voll komisch aus Wie auf Starcraft oder so Ähm Okay Djinn stellen wir mal hier hin Ich würde ja gerne Das hier Aber ich weiß nicht ob ich Das auf den anderen brauche Ja wir probieren es mal aus Komm Wir gehen einfach mal für den Tri Komm Hier Oh direkt 3 Steaks Warum das denn Ist das normal? Starting at 3 Okay Gut Das heißt er böllert jetzt für 437 Beim dritten Schuss Und wir haben Krono Das heißt er wird gebufft Wir brauchen jetzt nur ein bisschen Gold, Tanks Alles Ja wir sind Erste im Moment noch Aber es wird Die Ersten werden die Letzten sein Sagt man Darkstar, Darkstar, Darkstar Mystic gibt es auch noch So Djinn Und jetzt Und jetzt Das war der schon 504 war es Und Peng Und jetzt 388 Ja also Ja ich glaube Ich meine es ist in Stufe 1 Und er scalt jetzt die ganze Zeit Er scalt jetzt Er macht jetzt immer mehr AD 323 Und jetzt gleich 351 Komm Ja okay Er hat Rageblade Leute Hast du ein Rageblade? Hast du ein Rageblade? Ganz einfach Rechnung Kacke Na gut Hier ist nochmal Ezreal Space Pirate Space Pirate Es gibt natürlich hier wirklich Maximal neue Sachen Sniper Ach Djinn ist auch Sniper Für jeder Er hat jetzt Eigentlich müsste ich noch Kate oder Ash draufpacken Aber Eigentlich will ich ja Ist ja Darkstar Oh ja ist Darkstar Das passt ja Oh ich bin ja komplett dumm Ah ne das passt ja Ach ne ich bin komplett Ich verwirre mich einfach selber Da muss ich eigentlich eine Ash haben Aber irgendwas muss doch hier Ich brauche aber auch nicht 6 Darkstars Oder brauche ich 6 Ja vielleicht schon Ach weiß ich doch nicht Keine Ahnung Kriege ja meine Max auch nicht Hilfe Was können wir hier machen Nichts cool So hier können wir machen Nichts cool Ähm Schießt denn Er eigentlich auch schneller Also kriegt ja Techspeed Ne Techspeed kriege ich ja nicht So Ähm Ich würde sagen Wir sparen ein bisschen Geld Einfach mal Und versuchen zu überleben Wir können natürlich Nikos Hilfe einsetzen Aber vielleicht Am liebsten würde ich es Für den Legendary benutzen Und ich weiß ja noch nicht Genau was ich spielen will Vielleicht Darkstar Vielleicht Mech Das ist so gerade So das Ding Problem ist wenn ich hier Krono entferne Dann Habe ich gar Ich habe nur Krono Aber dafür 4 Aber nur Krono Krono ist aber schon Ziemlich gut Alle verbündet Nicht nur Kronos Alle kriegen einfach Attacks mit Hier jetzt der Darkstar Und jetzt geht es los 207 hat er Jetzt gucken wir wie es scaled Jetzt kriege ich ja Immer 30 dazu Ist nicht schlecht Naja jetzt hat er Zack 300 Und er schießt sehr weit Also schlechtes Jingle Ist das in Stufe 1 Schienen möchte Was hat er Achso das ist ja sein Ding Guck hier Total Damage 856 wären das gewesen So Valkyrie Void Brawler Ist schon gerade wie damals Rupture Ja Hm Ich glaube wir gehen mal für ein Level ab So was können wir draufpacken Ash Weil jetzt Haben wir Sniper Vielleicht sollte ich aber lieber Ihn draufpacken Weil er ist Stufe 2 Celestial Könnte man jetzt auch machen Wenn man um Ding spielt Dann würde er sich heilen Ist auch nicht schlecht Naja Tissipade Sorcerer 15% 40% 120 Spellpower Einfach alle Verbündeten Alle Einfach alle Sajin Jetzt hast du Sniper Jetzt gib ihm Gib ihm Und je weiter die Gegner weg sind Das heißt Er stirbt Er braucht Lifesteal Oder so Er stirbt einfach weg Aber ganz ehrlich Guck dir das hier an Da ist einfach auch alles drauf Fiss Mach es Oh nice Fiss 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 Mach nur eine Ult Das schafft er nicht Noch eine kriegt er nicht raus Komm wir auf noch Ah ok Ähm Ja gut der Gegner hat auch überall Upgrades Ich habe ja nix Ich bin ein Würstchen Ich habe gar nix Jetzt haben wir noch eine Ash Oh Magpilot Danke Jetzt brauchen wir nur noch Vielleicht sollten wir Suchen Komm Scheiß auf Sniper So toll war Sniper jetzt auch nicht Vielleicht sollten wir Ein bisschen suchen Nicht zu viel Oh da war noch Oh Space Pirate Wir können es ja mal mitnehmen Wobei Also ich zeige es euch mal Space Pirate Mercenary Upgrades von Mercenary Spells Have a Chance to Appear in the Shop Das heißt Das ist ziemlich cool Weil ich habe letztes Mal Er macht erstmal seine Ult Und da war erstmal seine Ult Auch ziemlich gut Weil bei Demolitions Werden alle gestunnt Und wenn er seine Ult macht Und dann einfach Werden alle einfach Das GG Aber ich will jetzt nicht Ähm Das Problem ist Dass du natürlich dann Das hier im Shop ist Und ich will Der passt überhaupt nicht Es ist ein Space Pirate Und einen Demolition Ich muss hier irgendwie jetzt Ich habe irgendein Upgrade Letztes Mal Komm Jen Ich war in der Stufe 1 Kann man ihn das Böse nehmen Das er nicht carriert Vielleicht Aber die sind alle zwei Und haben tolle Items Und so Ich habe Nichts Oder so Komm Jetzt ne Annie Get ne Annie Ich bin ja gespannt Wie das Viech aussieht Ich könnte mir Eigentlich hätte ich gedacht Zu was werden die Wird das was Neues Oder werden die Ich hätte gedacht Zu so einem Rumble Das wäre die perfekte Oh da ist ne Annie Aber Ich brauche einen AP Stab auch noch Ist aber keiner da Oh was ist das denn Der sieht aus wie Celestial oder so Wobei sie ist Celestial Nehmen wir Annie Eigentlich nicht Ich darf sie Die kriegen wir schon noch Leute Ich darf sie eigentlich Nicht nehmen Weil Ähm Aber der Krittanschluss Schon nett Ja Ich hätte sie doch genommen Aber ich hätte sie verkauft Weil ich möchte glaube ich Alle drei Items auf Fizz haben Weil er ist der stärkste Weil die können ja Das Ding Der Summec hat ja nur drei Hoffentlich kriege ich das Überhaupt zusammen Zum Game So jetzt haben wir Äh Das will ich aber nicht Den brauchen wir auch nicht mehr Komm jetzt Äh Nee Darkstar Shaco Äh Nee Darkstar Shaco Äh Nee Darkstar Vanguard Äh Nee Darkstar Sniper Äh Nee Darkstar Alter die ganze Zeit Darkstar in jede Richtung Was ist das hier? Lux Karma brauche ich nicht Oder? Shaco Ich glaube ich droppe jetzt Krono Leute Ich droppe jetzt Ich verabschiede mich jetzt Von Krono Zwar ist Krono eigentlich gut mit Gin Eigentlich auch Was? Ah das ist der Super Mag Okay Das ist der Super Mag Und was sagt der für ein Item? The Reagance The Infailed Traders Plus 15 oder was? Was denn das? Plus 15 Tech Speed Ja okay Den will ich auch haben Ja okay Leute es kann doch nicht sein Dass ich keinen Oder spielt es gerade jeder Nee Das ist ja jetzt der erste Ding hier sehe Leute Was ist das hier? Achso das hat der bekommen Von denen Ne hä Was ist denn das? Infiltrators Talents The Vera gains Ach Infiltration Achso Jetzt verstehe ich was es ist So lol Äh nie Äh nie Ja dann nehme ich Lux Ist okay Akzeptiere ich Äh nie Mana Reaver Cybernetics Und Blade Äh nie Äh nie Äh nie Äh nie Äh nie Äh Wo ist Äh nie Das ist Appalotti Okay Dann machen wir jetzt Alles auf Darkstar mäßig Hier So So wir haben ja jetzt Vier Darkstars Also wenn ein Darkstar stirbt Wird der Damage Um 30% increased Hab jetzt Schnauzen voll Hier Weg Verpiss dich Verpiss dich So ich weiß nicht was passiert Aber hoffentlich Carry Jin das Gute Fishold Okay es sieht nicht so aus Wir haben auch 12.000 Leute Ja man sollte sich nicht so Zu sehr auf eins fokussieren Vielleicht gehen wir jetzt einfach Auf Darkstar Der Rest geht einfach nicht So wir haben Wir haben vier Darkstars Wir können auf 6 gehen 50% increased damage Hier erstmal Wenn einer stirbt Ist nicht schlecht eigentlich Aber wir haben keine Items Und keine Ja doch wir haben Eigentlich haben wir Jin Komm einmal Okay hier können wir Pass auf Erstmal haben wir nochmal Den hier So Zack Ah wir haben sogar Infiltrator jetzt Schön Ähm Achso und die springen jetzt Nur nach hinten Nur wenn sie Infiltrator sind Oder was Ne Die springen auch glaube ich So ohne Bonus Springen die rein So was haben wir hier Ähm Eigentlich wäre jetzt noch Ein Spellcaster Gut Ein Sorcerer Ähm Ein Jin wäre noch gut Können wir Wir können 6er Darkstar haben Hm Ich habe halt 1000 Items Aber was soll ich machen Eigentlich müsste ich Einem von denen Magie Resistenz geben Von den Mechs Vielleicht dem Fizz Das wäre ziemlich broken Actually Und was gebe ich dem Dem da noch Wenn der Super Magie Moon wäre Wäre das Actually Super broken Glaube ich Na 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 Hatte der Garen Dann dreht der sich Hat der eine Fähigkeit gehabt Oder ist der einfach nur Garen So Also Das heißt wir kaufen jetzt Erstmal einfach ihm Und geben ihm schon mal Stopp Jetzt habe ich fast Nikos Hilfe Aus Versehen benutzt So Das kriegt er schon mal Komm wir rollen nochmal schön rein hier Fitz Der geht nach vorne Der geht nach vorne So Annie 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 ist 2 Gold Leute Ist das Könnt ihr euch vorstellen Dass Annie 2 Gold kostet Und sie nicht im Shop ist Einfach Sie ist einfach Nicht im Shop Das kann Das kann es auch Kann es niemanden erzählen Warum Stimmt hier Warum tankt niemand Für Gin Leute Leute Es geht hier nur um Gin Ihr müsst den beschützen Bitte Ja okay also Leute Ja ich Was soll ich Was sind das hier Oh wie viel AP und AD Damage die gemacht haben Cool das ist ja neu Ja ich sterbe langsam Kein Super Mag von mir Oder was Ich brauche nur eine einzige Annie Das gibt es doch nicht Oh Daxa Gin endlich So Ähm wir müssen jetzt mal Gin beschützen Leute Ihr könnt beide reinspringen Ist mir scheißegal Aber Gin müsst ihr beschützen Das hier ist die Protected Gin Comp So Was haben wir für Items Was können wir denn hier machen Static sucked Oh ein Rageblade Habe ich doch Machen wir das Rageblade Können wir noch irgendwie Red buff Frozen heart Warmox wäre eigentlich noch Pogomene.de Sind komische Items Aber falls wir den Super Mag noch kriegen Wären das geile Items Gibt es aber nicht Gibt es einfach keine Annie Gut Ähm Aber wir haben ein paar Stargardians Fünf Stück Wir könnten auf sechs gehen Aber dann müsste ich Ja wir könnten Rumble runternehmen Wäre glaube ich worth Sechs Darkstars zu gehen So jetzt müsste Gin Aber ziemlich Damage machen Oder Und vor allem Jetzt mal wenn ein Darkstar stirbt Guckt ihr jetzt an den Gin This Gin will Er braucht Lifestyle Wir brauchen Lifestyle eigentlich auf Gin Aber er macht jetzt Prügelmäßigen Schaden Leute Er prügelt richtig durch Also für Gin Fans Was ist denn das da für ein Ding Was ist denn das Ähm 1440 hat er gerade gekrittet Eigentlich bräuchte ich Zwei Celestial Zwei Celestials bräuchte ich Aber ich hab eh nicht so viel Platz Für den ganzen Bums hier Wir können also erstmal Karma Ich weiß nicht ob das worth ist Aber wir hatten jetzt sechs Darkstars Und jedes Mal wenn einer stirbt Wird der Damage um 50% von Gin erhöht Also ne stopp Das ist Quatsch Ähm Eigentlich ist das schwierig Der nächste Verbündete Kriegt 50% mehr Damage Also erst Er stirbt Dann kriegt der Dann der Dann vielleicht der Und dann irgendwann kriegt er das Dann kriegt er aber plus 450% mehr Oder so Sobald Aber das Problem ist Sobald das der Fall ist Ähm Wird er auch direkt angegriffen Und stirbt Deswegen braucht er unbedingt Lifesteal Kommt schon Ich hab jetzt halt Level 7 immer noch Das ist mein Problem So ein bisschen Und er stirbt einfach Fuck Fuck Mann er hat aber auch den Super Mag Mein Super Mag Wär richtig cool Wenn ich einen hätte Der wär richtig Hier guckt euch den Velcro Slaser an Der ist richtig kacke Mein Super Mag Wär richtig richtig cool Komm schon Oder hab ich die einfach überrollt Weil ich die nicht gesehen hab Weil die komisch aussieht Ne hab ich nicht Glaube ich nicht Das glaube ich nicht Ich hab halt nen Haufen Darkstars Aber sonst keine Bonis Ich glaub das ist mein Fehler gerade Hier ist ähm Aurelion Der ist so ein Ist hier irgendwo ne Annie Da ist irgendwie Void Oder ist das Darkstar vielleicht Ne das ist Void locker Rabadons Das ist Lifesteal oder nicht Manchmal Also Aurelion ist glaube ich schon cool Der fliegt Ist wie so ein Space Starship Also das ist ein eigener Trait So Starship Und er gibt glaube ich Buffs an Verbündete Und macht die ganze Zeit Seine Sterne Sooo Dann geben wir Das hier ihm Und hoffen das Lifesteal Jetzt funktioniert Annie 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 Ich hätte Ich könnte auch Im Dreier Schako gerade gegangen sein Mit Double Nikos Hilfe Aber will ich das Ach komm Ich will jetzt nur ne Annie haben Das ist echt alles Es kann doch nicht zu viel verlangt sein Oder Hallo Zu spät Oder Oh mein Gott Wir haben es zusammen gekriegt Ich glaube es kaum So jetzt ist es wahrscheinlich Viel zu spät Aber bitte Mein Magpilot Oh er hat ne Missfortune Die Super Legendary So Er ist jetzt Er hat keine Damage Items So zu sagen So seine Ult Super Mags attack Cleave in Arian Calls down the Vesting Blast Ja so Ja Ja jetzt sind alle so Wow Tobi Das war ja überhaupt Okay meine Mags sind wieder da Aber jetzt sagen alle Wow das war überhaupt nicht cool Aber wir müssen kurz akzeptieren Leute Er ist Level 9 Ja Er ist Level 9 Und Hat 6er Krono Mercenary Vanguard Hat der doch auch noch Starship Oder nicht Stopp mal Gegen wen habe ich jetzt gerade gekämpft Ich habe doch gegen den Ach er hat den runtergenommen Also er hat einfach 6er Krono ist glaube ich auch für Denke ich Insane stark Oh das wird sogar unterleuchtet Das ist ja cool Er hat einfach ein gutes Board Und ich hatte nichts Ja Aber Ja ich habe ja nicht gespielt Um zu gewinnen Sondern um etwas zu zeigen Das möchte ich highlighten Ja Das war es Ich bin Was bin ich geworden Hier 6er Ja ich wünsche euch Einen wundervollen Tag Danke für das Zusehen Und Fuck any Leute Auf Wiedersehen Goodbye Bye